Schalom und der Friede und Gnade sein Jesus Christus sei alle Zeit mit dir. Herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Was ist Wahrheit? Oder, wir können das auch anders ausdrücken, Angst vor der Wahrheit. Warum haben wir Angst vor der Wahrheit? Nun, ich möchte mit einer Bibelstelle direkt starten, und zwar aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 18, Abvers 37. Jeder von euch kann sich natürlich an das Verhör durch Pilatus noch erinnern, als Jesus dort vor Pilatus antreten musste und er von ihm verhört wurde. Wir lesen die Stelle ab Kapitel 18, Vers 37. Und zwar, da sprach Pilatus zu ihm, Also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen. Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an den Pascha einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Und so hat sich dann ja später die Kreuzigung abgespielt. Jesus Christus wurde verurteilt und ein Verbrecher wurde freigelassen. Was mich besonders an dieser Stelle ziemlich überrascht hat, war die Stelle, wo Pilatus gesagt hat, was ist Wahrheit? Nun, wenn wir uns ein paar Kapitel zurückschlagen. Und zwar Johannes Kapitel 14, Vers 6. Ich meine, ich kann diesen Vers in- und auswendig, aber wir werden das trotzdem heute mal aus der Heiligen Schrift zitieren. Da heißt es, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diese Stelle sagt uns eigentlich klipp und klar, was überhaupt die Wahrheit ist. Wer die Wahrheit ist. Und dass es nur einen einzigen Ausweg gibt, mit dem wir zu unserem Vater in den Himmel kommen können. Und da wird es keine Religion in dieser Welt geben, die uns diese Möglichkeit gibt, außer Jesus Christus selbst. Und wenn wir uns jetzt einfach mal diesen Text anhören, was Pilatus gesagt hat. Was ist Wahrheit? Nun, Pilatus wusste ganz genau, was er da gesagt hat, also gefragt hat. Der weiß ganz genau, was die Wahrheit ist. Nur, die Frage ist, die ich mir jetzt in diesem Moment stelle, war es ihm unangenehm? Warum ist er aus diesem Thema Wahrheitsfindung ausgewichen? Hat er selber Angst gehabt, damit konfrontiert zu werden? Oder hat er da irgendetwas zu verheimlichen? Angst, dass etwas in die Öffentlichkeit kommt, was eigentlich gar nicht dahin gehört? Man weiß es nicht. Wir wissen aber, anhand dieses Satzes, das Pilatus so merkwürdig gefragt hatte, was ist Wahrheit, kann man sich natürlich schon so ein Bild sich vorstellen. Wenn man diese Stelle sich genauer auslegt, wird man auch herausfinden, dass Pilatus ganz klar wusste, wovon er redet, warum er das gefragt hat. Nur er hasst die Wahrheit. Er wollte überhaupt nicht die Wahrheit hören. Und er wollte auch nicht damit konfrontiert werden. Und wenn wir uns das in unserem heutigen Alltag mal anwenden, diese Stelle, was ist Wahrheit, wenn wir das so ein bisschen sarkastisch fragen würden, Wir würden auf viele Menschen stößen, also stoßen, die genau so fragen würden, was ist Wahrheit oder warum sollte ich die Wahrheit sagen? Weshalb? Ich lüge doch lieber. Notlüge. Auch schon mal was davon gehört? Wenn ich in einer Bredouille stecke oder Angst habe, dann lüge ich doch lieber so notfalls. Dann passiert mir schon gar nichts. Nun, die Frage, die ich mir noch in diesem Moment stellen sollte, ist, was bringt Wahrheit? Kann ich mit Wahrheit ein normales, vernünftiges Leben führen? Hm. Als Christ würde ich auf viele Stellen darauf hinweisen, weil die Bibel voll davon ist. Die Bibel spricht voll davon, von dem Wort Wahrheit. Aber als Außenstehender, der zum Beispiel nie was mit der christlichen Lehre zu tun hatte oder nie mit diesem Begriff etwas anfangen konnte, hat diese Person oder auch du, der mir jetzt gerade zuschaut, heute die Möglichkeit, diesen Begriff näher kennenzulernen. Wenn wir unseren Alltag mal anschauen, gibt es tausende von Beispielen, die ich jetzt erwähnen könnte. Ich habe mir jetzt gerade so eine kleine Liste gemacht, das wir vielleicht aus unserem Alltag kennen, das du vielleicht auch aus deinem Alltag kennst. Und zwar zum Beispiel gesundheitlich. Ich habe seit längerer Zeit Schmerzen, chronische Schmerzen oder Schmerzen oder eine Krankheit, die ich, ja, wo ich doch vor Angst nicht zum Arzt gehe, weil ich schon ungefähr die Diagnose weiß. Das ist zum Beispiel Angst. Angst vor der Wahrheit, konfrontiert zu werden. Der Arzt wird mir bestimmt die Diagnose sagen, die ich nicht hören möchte. Und deswegen möchte ich da nicht hin. Zum Beispiel. Oder nehmen wir jetzt mal finanzielle Situationen, die Kontoauszüge. Ich gehe zur Bank und möchte meine Kontoauszüge ziehen, aber aus Angst schaue ich nicht auf die Kontoauszüge, weil vielleicht Probleme mit dem Lastschriftverfahren oder Überweisungen, die nicht getätigt worden sind und ich kriege eine Abmahnung nach der anderen oder Kontogebühren, ja, die habe ich nicht bezahlt oder ich habe da Kosten, also auf meinen Kontoauszügen sehe ich Kosten, wie zum Beispiel die Miete wurde nicht bezahlt, also nicht rechtzeitig bezahlt oder mein Gehalt ist noch nicht drauf. Angst zum Beispiel oder ich könnte noch einen interessanten Aspekt nehmen und zwar die Evolutionstheorie. Viele von uns nehmen einfach mal die Evolutionstheorie als ein Argument, weil sie sagen, ich glaube nicht an einen Schöpfergott oder besser gesagt, ich nehme lieber die Evolutionstheorie, denn ja, da gibt es zum Beispiel keinen Schöpfergott, dem ich eine Rechenschaft schulde und der mich nicht in die Hölle schickt. Hm, ist das nicht hochinteressant? Wenn man zum Beispiel mit Nichtchristen oder beispielsweise mit Nichtgläubigen über dieses Thema spricht, weil man möchte ja nicht bestraft werden, man möchte ja keine Rechenschaft legen, man geht immer mit der Aussage, ich habe alles richtig gemacht, ich habe nie gelogen oder ich war immer ehrlich, aber in Wirklichkeit stimmt das gar nicht. Denn ein Wesen auf der Welt beobachtet uns, schaut, was wir genau tun, hört, was wir genau sagen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Trauerfeier zum Beispiel. Jeder von uns hatte diese Situation mal gehabt, dass wir getrauert haben oder dass wir allgemein an einem Friedhof waren, weil wir einen Menschen verloren haben, einen geliebten Menschen, der uns sehr nahe stand. Und wir mit diesen Gedanken gespielt haben, Mensch, wenn ich jedes Mal an dem Todestag in diesem Jahr dahin gehe, ich habe Angst vor dem Tod, weil Menschen sterben. Menschen kommen auf die Welt und dementsprechend verlassen sie auch die Welt. Der Tod gehört nun mal wieder dazu. Und viele Menschen haben Angst davor. Vor allem über einen natürlichen Tod oder vielleicht durch einen Tod, was durch vielerlei Dinge passieren kann. Krieg, Krankheit, Verhungern, alles Mögliche. Also ich könnte tausende von Beispielen nehmen. Da machen sich Menschen auch wieder Gedanken darüber. Und natürlich gibt es noch ein weiteres Beispiel, wie zum Beispiel Gespräche. Wenn wir, also das habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn ich mit Menschen über das Thema Himmel und Jenseits sowie auch Himmel und Hölle spreche oder allgemein über das Thema Himmelreich, das Reich Gottes. Viele wollen das nicht hören. Viele möchten damit nicht konfrontiert werden. Und wenn wir jetzt über das Thema Wahrheit sprechen, wie stehe ich jetzt als Christ zu diesem Thema? Nun, schauen wir uns nochmal die Bibel an. Was sagt die Bibel? Im Johannes-Evangelium, bleiben wir da auch direkt da, in Kapitel 8, da möchte ich jetzt eine Ermutigung mitgeben. Und zwar, wie wichtig es ist, die Wahrheit anzusprechen. Kapitel 8, Vers 32. Da heißt es, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Hochinteressant, oder? Die Wahrheit wird uns freimachen. Von was wird die Wahrheit uns freimachen? Nun, die Wahrheit macht uns in allerlei frei. Und zwar, es gibt mehrere Wahrheiten. Einmal, was das Weltliche zu tun hat, also die weltliche Wahrheit. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist zum Beispiel, dass wir nach der Wahrheit Gottes suchen sollten. Viele von uns suchen nicht nach Gott. Viele von uns leben zum Beispiel von Tag zu Tag. Und werden auch im Alltag zum Beispiel mit den Lügen konfrontiert. Sei es in der Politik, sei es in der Gesellschaft, sei es vielleicht in der Familie oder in einem Freundeskreis. Wie auch immer. Die Frage, die ich mir am Ende stelle, ist, hat es was gebracht? Was für einen Mehrwert habe ich daraus? Nun, lügen können wir alle. Jeder von uns hat mal bestimmt gelogen in unserem Leben. Einige bewusst, einige unbewusst. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt aber mit Gott? Damals war ich gottlos. Heute habe ich Gott an meiner Seite. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, dass ich frei bin. Alles, was ich früher getan habe, oder gelogen habe, oder Sünden begangen habe, die tue ich zum Beispiel nicht mehr. Ich bin ein komplett neuer Mensch. Und alles, was ich früher zum Beispiel nicht gesagt habe, weil ich Menschen nicht verärgern wollte, bestimmte Dinge, die mich gestört haben, aber lieber sage ich nichts, weil sonst verliere ich noch die zum Beispiel als Freund oder als Freundin oder als Familienmitglied oder auf der Arbeit, die verliere meinen Job oder so. Nein, nein, bloß nicht. Ich halte lieber meinen Mund und sage, er hat recht oder sie hat recht. Ja, ist schon alles in Ordnung. Hauptsache, ich bin fein raus aus der Sache. So haben wir auch mal bestimmt gedacht. Nun, meine lieben Geschwister, ich höre sehr oft auch von Fällen, wie zum Beispiel, man spricht Wahrheiten an und man verliert Freunde, die man jahrelang gekannt hat. Oder man verliert seinen Job, weil man zum Beispiel angefangen hat, über Jesus Christus zu sprechen. Das ist jetzt mittlerweile auch ein Phänomen geworden, auch hierzulande. Vor allem, man möchte ja nicht mal diesen Namen Jesus Christus hören. Jesus Christus ist die Wahrheit. Genau dieser Vers, den ich euch gerade vorgelesen habe. Und auch tausende von Versen, die es da gibt. Die Bibel sagt klipp und klar, dass wir die Wahrheit ansprechen sollen. Dass wir nicht lügen sollen. Wie ja unter den zehn Geboten das auch heißt. Du sollst nicht lügen. Und trotzdem gibt es Menschen, die machen das. Und einige machen das leider aus einem anderen Grund. Und zwar, sie wollen zum Beispiel nicht leiden. Sie wollen nicht vereinsamen. Also, sie wollen nicht einsam werden. Sie wollen zum Beispiel nicht ihren Job verlieren. Sie wollen zum Beispiel nicht Menschen verärgern, die sie gerne haben. Aber wenn wir nur so denken, das ist zum Beispiel die weltliche Wahrheit, die gemeint ist. Das heißt, wenn ich weltlich denke, dann werde ich natürlich auch damit konfrontiert werden. Oh Mensch, wenn ich das sage, wie wird diese Person da reagieren? Oder wenn ich das anspreche, ähm, Mist, dann verliere ich wahrscheinlich meinen Job. Oder wenn ich das tue, dann werde ich meine Ehe ins Spiel setzen. Oder meine Beziehung. Oder wenn ich das meinen Kindern sage, oh, vielleicht werden meine Kinder nie wieder mit mir ein Wort reden. Oder was, was, wie soll ich weitermachen? Das heißt, wenn ich die ganze Zeit diese Gedanken habe, dann wird es mich in meinem Leben niemals weiterbringen. Und dann haben wir auch die Botschaft Christi niemals verstanden. Das heißt, die Wahrheit ist eine ganz klare Sache. Eine ganz klare Sache, die wir ansprechen müssen. Koste, was es wolle. Deswegen heißt es ja auch, wir Christen müssen unser Kreuz auf uns tragen. Wir müssen bereit sein, den Kreuz auf uns zu nehmen. Denn nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in den Himmelreich kommen. Klare Sache. Eine klare Aussage von unserem Herrn und Gott. Jesus Christus. Und ich rede hier nicht von Papierchristen oder von Namenschristen, wie es hier auch über alles geht. Sondern ich rede wirklich von denen Menschen, von den Christen, die bereit sind, nicht nur zu sagen, ja, ich liebe Jesus, ich folge ihn, sondern dass sie auch das auch tun. Und damit meine ich die Praxis. Die Praxis ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn es sehr schwer ist. Niemand hat gesagt, dass das einfach ist. Und das wussten die Jünger damals auch. Sie wussten, auf welche Hürden sie stoßen würden. Sie wussten ganz genau, was passieren wird, wenn sie Jesus folgen. Viele von denen haben zum Beispiel auch Angst gehabt. Denk mal so. Auch die Jünger von Jesus Christus hatten Angst gehabt. Aber dennoch waren sie bei ihm. Und die Frage, die ich mir jetzt am Ende stelle, ist, was ist denn die wahre Freiheit? Nun, die wahre Freiheit ist ganz klar, was wir gerade gehört haben. Die Wahrheit macht frei. Denn auch wenn wir vielleicht zum Beispiel die Wahrheit ansprechen und wir sehen in diesem Moment die Reaktion von unserem Gegenüber, wissen wir in diesem Moment, alles klar, die Person mag es wahrscheinlich nicht, die Wahrheit zu hören. Dann wissen wir zumindest auch über diese Person Bescheid. Denn das heißt unter anderem Entlarvung. Man entlarvt einen. Dann habe ich doch lieber jemanden an meiner Seite, der ehrlich zu mir ist und der auch die Wahrheit anspricht. Als jemanden, der heuchelt und lügt und mich noch vielleicht hintergeht. Deswegen hassen die viele Menschen auch die Wahrheit. Denn der Teufel steckt wieder mal mit drin. Denn der Teufel liebt die Finsternis. Und wir sehen jetzt gerade da draußen, was passiert. Wir sind jetzt in einer aktuellen Zeit, die genannte stille Zeit. Die vorweihnachtliche Zeit. Weihnachten steht kurz vor der Tür. Es ist ein Fest, was wir alle kennen. Wir feiern die Geburt Jesu Christi. Das Licht, das in die Welt gekommen ist, um uns von der Finsternis zu befreien. Und dennoch wollen die Menschen lieber kein Licht haben, sondern sie wollen in der Finsternis leben. Sie wollen lieber den Teufel verkörpern. Sie möchten nicht die Wahrheit hören. Und das darf uns auf jeden Fall nicht hindern, das Evangelium frei zu verkünden. Denn das Evangelium Jesu Christi bedeutet Wahrheit. Wahrheitsgemäß. Und dann werden wir natürlich auf Menschen stoßen, die wie Pilatus sarkastisch reagieren werden. Und fragen werden, ja was ist denn Wahrheit? Was ist das? Wenn wir über das Evangelium Jesu Christi sprechen, werden wir auch klar und deutlich die Wahrheit verkünden. Alles, was er uns gelehrt hat. Lass uns noch eine Stelle anschauen. Und zwar aus dem Zalmen. Kapitel 25, Vers 5. Da heißt es zum Beispiel, Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Das ist zum Beispiel ein ermutigender Vers, den ich dir, mein lieber Zuschauer, oder lieber Christ, der mir jetzt gerade zuschaut, dir möchte ich das mit in den Tag geben. Auch für die stille Zeit und auch für die Zukunft. Denn das ist zum Beispiel, wenn wir uns mal die Auslegungen genau anschauen, jeder von euch kennt ja den Prophet David, selbst der hat Gott um Weisheit und Erkenntnis gebeten. Um die Führung in seiner Wahrheit. Das heißt, die Sehnsucht nach Gottes Wahrheit, das hat der Prophet David gesagt. Beispielsweise, er hat das hier in dem Zalmen auch so dargelegt. Und wenn wir uns, und wir reden jetzt von einem großen Propheten, von einem bekannten Propheten namens David. Der ist ja bekannt. Dieser Prophet wusste selber, dass er ohne die Wahrheit nichts bewirken kann. Er braucht die Erkenntnis und die Weisheit. Und deswegen ermutige ich dich, bete zu Gott. Bitte ihn, damit er dich in die Wahrheit führt. Das habe ich auch getan. Das haben viele Geschwister auch getan. Auch ich hatte mit solchen Situationen in der Vergangenheit dann auch zu tun gehabt. Dass viele Menschen, mit denen ich zum Beispiel jahrelang kenne, auf einmal auf Ablehnung gestoßen sind, weil sie nicht mit der Wahrheit konfrontiert werden wollten. Und ich war ein Mensch, und das hat vielleicht auch mit mir selbst persönlich zu tun, ich war nie ein Mitläufer der Gesellschaft gewesen. Als Kind war ich niemals ein Mitläufer in der Klasse. Und wenn ich mir heute die Gesellschaft anschaue, laufe ich auch nicht hinterher. Nur weil was Trend ist, oder was toll ist, oder der Zeitgeist, alles was Sünde ist, wird jetzt mittlerweile befürwortet. Warum sollte ich denn da hinterherlaufen, wenn ich doch weiß, dass das eine Lüge ist? Wenn ich weiß, dass das falsch ist? Wem sollte ich denn er fürchten? Der Weltordnung, der Weltregierung oder vor Gott? Wem sollte ich er vertrauen? Gott oder der widersprüchlichen Welt? Diese Fragen solltest du dir auf jeden Fall stellen. Wie ich dir schon gerade gesagt habe, Jesus Christus ist die Wahrheit, und er ist das Licht. Und deswegen werden wir immer im Licht wandeln. Wir sollten nur anfangen, auch zu uns selbst ehrlich zu werden. Und das geht nur, wenn wir Reue zeigen, und zu Gott bitten, und beten, zu ihm sprechen, und ihn um Vergebung bitten, beichten. Und nicht bei einem Priester, oder bei einem Pfarrer beichten, sondern direkt bei Gott, unseren Herrn. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, lass dich recht leiten. Für die Weisheit. Ich bitte Gott um für die Weisheit. Ich brauche Weisheit. Ich brauche Erkenntnis. Ich muss wissen, was ist die Wahrheit. Und er wird dir all deine Angst wegnehmen. Und du wirst dich frei fühlen. Frei, weil die Wahrheit dich frei macht. Koste, was es wolle. Und dafür muss man auch bereit sein. Und um bereit zu sein, brauchen wir Gottes Hilfe. Und deswegen sage ich auch immer wieder, Lügen wird niemals bringen. Notlügen wird sowieso nichts bringen. Es gibt sogar Religionen auf der Welt, die sogar das Lügen befürworten. Sogar fordern. Wenn du vielleicht in einer schrecklichen Situation bist, darfst du lügen. Selbst dann nicht. Wir sollen ja noch nicht mal lügen. Gott will ja noch nicht mal, dass wir lügen. Gott will, dass wir ehrlich sind. An erster Stelle ehrlich zu uns selbst. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann sind wir auch ehrlich zu Gott. Aber wenn ich zu mir nicht ehrlich bin, wie soll ich dann zu Gott ehrlich sein? Er sieht das. Und eines Tages werden wir auch Rechenschaft bei ihm ablegen müssen. Und dann wird er uns jede Frage stellen. Vielleicht zum Beispiel diese Frage. Warum warst du nie zu dir ehrlich? Wieso hast du so getan, als wärst du ein Frommer? Wieso hast du so getan, als wäre nichts gewesen, obwohl du gelogen hast? Obwohl du gesündigt hast? Obwohl du das wusstest, dass es falsch ist? Warum hast du das noch befürwortet? Warum warst du kein besseres Vorbild für deine Kinder? Für deine Generation? Fragen über Fragen. Die sollte man auf jeden Fall sich stellen. Also, keine Angst. Habt keine Angst vor der Wahrheit, sondern verkündet die Wahrheit frei, indem ihr die Wahrheit frei anspricht. Ich hoffe, dass ich dich ermutigen konnte und dir auch zumindest deine Angst davor wegnehmen konnte, weil ich dir immer wieder sagen kann, und das sage ich auch nochmal, Gott lässt seine Kinder nicht in Stich. Schon gar nicht die, die ihn bitten. Denk darüber nach. Und ich wünsche dir eine gesegnete, stille Zeit. Bis dahin, euer John.